Filme und Videos. Mit der heutigen Technik könnte die Bearbeitung davon eigentlich nicht einfacher sein. Und trotzdem kann man wahnsinnig spaßige Dinge damit machen. Wenn ich über Filmbearbeitung rede, geht es mir nicht nur ums Einfügen von Bildern oder einfach nur Ändern von ein paar Farben. Nein, Videoschnitt kann richtig magisch sein. Filmer gehen. Wozu könnte man sowas denn brauchen? Na, für zu Hause natürlich. Einfach so. Ja, für die Schul-Homepage zum Beispiel. Dokumentation des Schulleinens und so. Na, für deine Fans. Ach was. Einfach so zum Spaß. Wenn ihr Interesse habt, kommt reinformat vorbei. Alle bestiegen Daten seht ihr hier. Abonnation. 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 Also knows. Kone der blowing Elsbaudys Abonnation. Abonnation. Bis zum nächsten Mal.